Ah, hier ist jemand. Du kannst mich nicht wie ein Tier einsperren. Ich bin Prinzessin Azura. Ich befehle, mich sofort wieder freizulassen. Hey, schrei mich nicht dran. Ich habe damit nichts zu tun. Wer bist du? Ich, äh, ich spritze hier. Alter. Wollen du dafür nicht ein wenig klein? Eigentlich bin ich kein Desinfektor. Ich bin Joe King. Man kann mich als Pilot anheuern. Und ich bin hier, um dich zu retten. Steh doch nicht so da. Lass mich raus. Was ist denn das für eine Anmache? Ich bin hier, um zu spritzen. Also, das muss ich mir merken. Ach, Gottes Willen. Warum halten sie dich gefangen? Das alles gehört dem Bösen Dr. Frank Eisenstein. Er benutzt unschuldige Menschen für seine Experimente. Und ich soll die Nächste sein. Frank Eisenstein. Das ist ja voll die, voll die Wortschöpfung, äh, Wortschöpfung aus Frankenstein und Eisenstein. Äh, und Einstein. Pff, Frank Eisenstein. Wer ist dieser Dr. Frank Eisenstein? Er ist der böse Wissenschaftler, der mich gefangen hat. Sein krankes und verdrehtes Hirn hat nur ein Ziel. Die Weltherrschaft zu übernehmen, um die Menschen zu versklaven. Diese Proportionen hier, die sind sehr ablenkend. Oder so. Weißt du, wo er ist? Er ist nicht hier im Raum. Einer der Wächter hat ihn mitgenommen. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er war ein richtiger Bücherbom. Hm. Was für Experimente führt er denn durch? Er hat eine Maschine konstruiert, die seine Opfer in Dinosauriermenschen verwandelt. Und wenn ich nicht bald fliehe, werde ich auch so enden. Danke für die Auskunft. Beeil dich und rette mich. Okay. Das hat Räder. Dann beweg es mal. Richtig sinnvoll. Na, unten kann er nicht öffnen. Gut. Das ist natürlich nicht so gut. Gut gesagt. Ja. An alle Angestellten rauchen in die Munitionsräumen verboten. Das haben wir schon mal gelesen. Lampe. Sie ist an. Es ist aus. Sie ist an. Es ist aus. Ist da nicht noch eine Notiz? Nee. Die Prinzessin. Können wir die mal angucken? Ich glaube, ich habe mich verletzt. Ja. Es ist verschlossen. Und machen können wir hier nix, ne? Scheint nichts passiert zu sein. Weiß die noch irgendwas? Hallo nochmal. Hallo Joe. Ich warte immer noch, dass ich hier rauskomme. Das wird schon. Ja. Wie hast du, Wedgwood, deine Nachricht überbracht? Er war bei mir, als die Männer von Eisenstein mich überwältigt haben. Ich habe ihm den Auftrag gegeben, die Nachricht an Krämer Bob zu geben. Ein Glück. Er spricht so gut nach. Krämer Bob kann gut nachklappen? Nein, Wedgwood. Der Vogel. Du bist also eine richtige Prinzessin, ja? Na sicher. Letzte Thronfolgerin. Kannst du mir bei der Flucht helfen? Natürlich. Wie haben sie dich gefangen? Fleders Truppen haben mich aus dem Hinterhalt im Dschungel überfallen. Ich hatte keine Leibwächter dabei. Und sie waren in der Überzahl. Ich schäme mich so. Immer. Ey, diese Frage ist so die beste. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich habe Reichtümer, von denen du noch nicht einmal träumst. Wenn du mich hier rausholst, sollst du reich belohnt werden. Das klingt doch schon mal gut. Warum haben dich die anderen Amazonen nicht gerettet? Dieser Ort ist gut bewacht. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Amazonen sich unbemerkt reinschleichen könnten. Ich stelle jetzt einen Rettungsplan auf. Sehr gut. Vielleicht könntest du damit anfangen, den Schlüssel zu der Tür zu finden. Das wäre schon mal nicht schlecht. Wir gehen mal. Es ist ein komischer, mumifizierter Schädel. Mit blauem Bart. Ah, der Bart bewegt sich. Bäh. Da lasse ich lieber meine Finger von. Na schön. Ups. Dino-Ratte. Sieht aus wie eine Kreuzung zwischen einem Saurier und einem Nagel. Hm, ist das aber niedlich. Hehe. Hörn, ist das niedlich. Nein, danke. Ich bin ja dermaßen vergesslich. Das lasse ich lieber nicht raus. Okay. Da ist nix. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Apropos, Moment, mir fehlt gerade was ein. Können wir dem... Ich habe gerade eine böse Idee im Moment. Benutze das hier mit... Wir probieren es erstmal mit den Crackern. Das will ich nicht tun. Okay, und was ist jetzt... Das kann mir später nochmal nützen. Ja, und was ist, wenn wir jetzt das Serum mit dem Hundefutter benutzen? Ah, das ist der Name. Ah, nee. Ihhh. Oh, mir war das klar, dass er das macht. Oh Gott, ist das ekelhaft. Gut, dann gehen wir mal. Gib Spezialität des Hauses zu Klunk. Hey Klunk. Hast du Hunger? Ich habe immer Hunger. Hast du was zu essen? Vielleicht? Was denn? Das ist, äh... Das ist, ähm... Spezialität des Hauses. Oh Gott, ey. Hm, lecker. Darfst du dich gern was haben? Bitte sehr. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ist alles in Ordnung? Ich fühle mich etwas seltsam. Ja, das sind wahrscheinlich die Sardellen. Okay, und jetzt... Wie fühlst du dich, Klunk? Ich fühle mich etwas schwindelig. Du fühlst dich wohl besonders stark, was? Ich weiß, dass ich stark bin. Ich hatte Dr. Eisensteins Super-Soldaten-Behandlung. Und jetzt bin ich doppelt so stark. Ah, ja. Ah, ja. Ich glaube wirklich, dass du der letzte Schwächling bist. Weißt du was? Du gehst mir allmählich richtig auf die Nerven. Was willst du deswegen unternehmen? Ich beende das ein für allemal. Du hast noch eine Chance, mich zu schlagen. Und dann kicke ich dich hier raus. Mach's mir nicht so schwer. Oh, 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 oh. Jawohl. Sehr gut. Er ist bewusstlos. Okay, können wir jetzt mit einem Stift ihm einen Penis auf das Gesicht malen? Leider nicht. Ja, wir können weiter. Oh, na Gott sei Dank. Ah, hier ist das Büro vom Doktor. Ja, ich glaube auch. Jetzt wieder die Flagge irgendwie. Brösel. Prüfe Schreibtisch. Es ist ein Mahagoni-Schreibtisch. Die müssen ja tierisch Knete haben. Ich glaube auch. Es ist ein Mahagoni-Schreibtisch. Okay. Da hat sich was durchgedrückt auf dem Block. Und können wir das mitnehmen? Lieber nicht. Jemand könnte merken, dass es fehlt. Ah, da hat sich was durchgedrückt auf dem Block. Aber lesen will er es nicht oder kann er es einfach nicht? Prüfe etwas mehr Geld. Käsecracker. Schreibtisch. Sonstiget etwas. Wirklich viel gebracht hat uns das jetzt auch nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das lasse ich lieber hier. Das wäre dann irgendwie hier noch ein Blatt drauflegen, um dann irgendwie den Durchdruck zu... ...sichtbar zu machen. Was haben wir denn dabei? Scheint nicht zu funktionieren. Okay. Ich glaube, sonst kann ich hier auch nichts mehr machen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Also, ich kann hier bestimmt noch irgendwas machen, aber... Notausgang. Den Schlüssel haben wir auch noch nicht. Huh, das ist echt knifflig. Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal hier lang. Ansonsten würde ich jetzt noch mal zu den Amazonen gehen. Der Arme. Der Arme. Der, den, den, der, den. Ja. Dann gehe ich jetzt noch mal in den Fahrstuhl rein. Denn ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts mehr. Okay. Dann gehen wir jetzt noch mal nach draußen. Huh. Aus dem Keller draußen. Wieder in der frischen Luft. Hey, die Alte ist weg. Wo ist die hin? Na, ist vielleicht ein bisschen auffällig, dass hier die Tür offen ist und der Hund Spielzeug hat. Und wir gehen zurück zum Gipfel. Wieder in den Dschungel. Oder gleich zum Amazonen am besten. Ja. Können wir jetzt hier eigentlich irgendwas machen? Tasten. Moment. Ich bin schockiert. Höhöhöh. Sie sehen aus wie Brüste. Meiner Meinung nach nicht, aber... Benutze? Mal sehen. Ah. Verdammt. Eine Falle. Aha. Oh, oh. Ich schätze, du hast jetzt ein ziemlich großes Problem. Männer sind hier nicht erlaubt. Komm mit. Später. An diesem Tag im Amazonasdschungel. Hey, lass mich hier raus. Na prima. Jetzt stecke ich's in so nem blöden Gefängnis. Ist doch gut gelaufen. Müde Häftling. Schlafender Häftling. Verschmutzter Häftling. Erschöpfter Häftling. Der sieht auch ein bisschen aus wie ein verrückter Häftling. Hm. Den wecke ich lieber nicht auf. Hallo. Hm? Wie heißt du, guter Mann? Wie heißt du? Hm. Ernest Wilkins. Ich bin Ernie Wilkins. Bist du ein berühmter Forscher? Ja, sozusagen. Ich habe jahrelang die Aerozonen gesucht. Und jetzt habe ich sie endlich gefunden. Das war die Suche wirklich wert. Ja, ich glaube ja nicht. Ähm, so. Kommt man hier irgendwie raus? Du willst uns doch nicht verlassen, oder? Warum willst du gehen? Oh, ich weiß nicht. Ich schätze, ich habe was gegen's eingesperrt sein. Du musst viel lockerer werden. Nach ein paar Tagen wird's dir gehen wie Bert da drüben. Was? Verrückt? Nein. Abgeklärt. Ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin. Ich auch. So, der hier. Den störe ich lieber nicht. Und der hier. Entschuldigung? Ja. Oh Gott. Wo bin ich hier? Ähm. Du bist in... ...dem Verlies der Amazonen. Der Amazonen. Verlies der Amazonen. Ach, das ist schlecht. Oder? Schlecht? Nein. Das ist gut. Äh. Was ist so toll daran, in einem Amazonen-Verlies zu sitzen? Das weißt du nicht? Die Amazonen sind ein Volk nur mit Weitkriegern. Ja. Sie brauchen männliche Hilfe von außen, um nicht auszusterben. Weißt du, was ich meine? Entschuldigung. Okay. Ähm. Ich kann's mir schon denken. Wir haben ja schon von den anderen Herren was erfahren. Wie lang bist du schon hier? Hm. Lass mich nachdenken. Ähm. Ähm. Ungefähr. Was? Zwei Tage. Du siehst aus, als ob du schon Jahre hier bist. Ich dachte auch. Ja. Das macht die harte Arbeit, die wir leisten müssen. Ach ja. Dadurch sehen wir älter aus. Hm. Ich glaube, ich habe genug gehört. Okay. Ich beschäftige mich wieder mit meinen Puppen. Viel Spaß.